So, weil rein stürmen bringt nix, wenn da müssen wir sie ein bisschen zu uns locken. Dummdi-Dum, Schutz vor dem Bösen, das sollte immer ein bisschen helfen. So. In Kürtus. Gucken wir mal. Ich hab den da reingelegen wollen, danke. Okay. So. Da kommt auf jeden Fall unser freundlicher Erdkoloss. Und da ist... ...Jahira tot. Hm, keine große Herausforderung. Ich bin... Ich denke, ich bin soweit. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So. Da machen wir erstmal wieder auf. Schutz vor dem Bösen. Wo immer ich kann. So, ihr mal alle Daraufstellung beziehen. Todesschutz, geringere Genesung, Darverteidigungskontrolle. Das hier schneller als Chick-Ticker-Schnellpratze. So. So. Dann noch... ...das hier. Erdkoloss ist tot. Kommt einer den Gang entlang? Ich bin bereit. Das hat nur gegen uns gebufft, aber... ...hat leider die... ...das Betäuben nicht weggemacht. Hey. Oh ja, wenn wir gerade so weitermachen... ...können wir die... ...aushungern da drin. Das ist ja schon mal grad gemein genug, dass die, ähm... ...solche Sachen durch die Wände machen können. Ich werde es tun. Aber ein Quick-Safe vorher. Ja. Das will man nicht nicht weiter. Ich werde jetzt die Wände machen können. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Dann bin ich dafür, die Wände machen können. Dann hätte es tun. Dann hätte ich mir das. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Was braucht ihr? So, Yoshimo, bist du immer noch nicht auffindbar, also unsichtbar. Nein, bist du nicht mehr leider. Ja, natürlich. Okay. Das war einer. Mal sehen, wie der hier von innen aussieht. Ja! Hm, nur gut. Edge. Braucht ihr Edge in Vajervans Namen? Es soll geschehen. So können wir die ein bisschen austricksen. Leider sind natürliche Fähigkeiten keine Magie, also kann ich das leider nicht bannen. Mal sehen, ob der Zauberschutz gegen Verzauberung hilft. Oh, das war Veränderung. Ja, jetzt, Metzeln, oh ja! Führt mich ja wohl, wie ihr wünscht. Ich warte. Waren uns euch zu sehen. Ja? Schon erledigt. Viel durch heiße Butter. Das war Keldon. Ich hätte einen Quick-Safe machen sollen. Ja. Ja. Schneller als Chick-Ticker-Schnell-Pratze. Dummli-Dum. Das wird, glaube ich, nicht viel bringen. Weil die Magie Widerstand haben. Da würde ich nur einen Haufen Feuerbälle verfeuern. Chaotische Befehle. Chaotische Befehle, ja. Ich warte. Keine große Herausforderung. Das heißt, das bürste mich eigentlich schützen. Mal sehen, wie der hier von innen aussieht. Ja! So, der dürfte jetzt kommen. Und ich kann ihn wieder nicht angreifen, weil er in der Tür steht. Oh, das ist sogar der große Boss-Grupp. Mhm. Mhm. Ich helfe. Ich werde es tun. Na, das heißt noch mal eine Todeswolke hierhin. Und sie loggt sie noch mal an. Wenn ihr es wollt. Einer kommt. Ich meine, natürlich. So, Intelligenz ist jetzt ein bisschen runter. Ich glaube, Minz kann sogar gewonnen hüttet werden. Oder getourhüttet. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt, fragt nur. Da ist noch ein Olifarit. Okay. Das wiederum ist jetzt nicht so schön. Äh, kann ich festhalten oder so? Ich warte auf euren Befehl. Kannst du festhalten. Ne. Thalisa würde sie alle, würde die Hälfte umbringen. Gut, wir haben aber einen von den Olifiten getötet. Wow, das wird zu viel. Oh, Falla. Ja, Hera hat wieder Intelligenz gezogen bekommen. Ja, ich kann das Spiel jetzt gerade nicht sichern, weil die Hälfte meiner Leute wieder eingenebelt ist. Ja, jetzt muss ich kurz warten, bis das wieder abgeklungen ist. Aber wie gesagt, das hilft nichts. Nein, das Band nur das, was auf mir wirkt, was ich gerade auf mich gesprochen habe. Die Natur nimmt das Leben, das ist egal. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ja, Hera hat ihre Intelligenz auch schon wieder zurückgekriegt, sehr gut. Hm, natürlich. So, das müssten eigentlich jetzt alle Gedankenschinder hier in dem Raum gewesen sein, oder? Ja. Das heißt, wenn es vor den anderen beiden abgeklungen ist, können wir den nächsten Raum übergehen. Bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.